Haben Sie geschädigte Nägel? Wir haben die Lösung! Serum für geschädigte Nägel von Herom. Das Serum für geschädigte Nägel von Herom sorgt für die Intensivregenerierung geschädigter Nägel. Es eignet sich ausgezeichnet für die Pflege nach der Entfernung von Kunstnägeln. Die Nägel werden genährt und hydratiert. Die Nagelstruktur wird erheblich verbessert. Das Serum für geschädigte Nägel kann täglich angewendet werden, bis die Nägel vollständig regeneriert sind. Das Serum muss auf die nicht lackierten Nägel aufgetragen werden. Mit der Pipette tragen Sie einen Tropfen pro Nagel auf. Massieren Sie das Serum mit dem Finger in die Nagelplatte ein. Tragen Sie das Serum für geschädigte Nägel vorzugsweise vor dem Schlafengehen auf. Bei besonders geschädigten Nägeln wird eine 14-Tage-Kur empfohlen. Herom, die Schönheit liegt in Ihren Händen.